Ich bewerte Kartoffelgerichte. Kartoffelbrei, liebe ich, liebe ich. Ich habe gerade Kartoffelbrei hier auf meinem Teller. Zwei. Besser als Pommes. Schaut sehr lecker aus, habe ich noch nie probiert. Drei. Was ist das? Gebratene Kartoffeln. Vier. Habe ich in der Kindheit so oft gegessen. Süßkartoffeln. Süßkartoffeln-Suppe ist geil. Nocce habe ich noch nie probiert. Ich meine, die sind mit Eiern, oder? Das habe ich auch schon mal probiert. Eine 7. Aber eine 7 habe ich halt. Pommes kommt. Eine 9. Ich mag keine Pommes. Na 8.